Ich freue mich, dass wir hier so viele glückliche Gesichter auch haben. Das ist eine Anlage, die hat es wirklich in sich. Also die ist wirklich auf einem guten Niveau. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ich hätte so ein paar kleine Demonstrationen hier, wie man das Ding überhaupt anwendet. Vielen Dank an alle Sponsoren, vor allem auch, dass wir mitreden konnten und der Skatepark deshalb nah an Optimalität aufgestellt ist. Ich freue mich, dass wir mitreden können. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017